Moin ihr Sizzler und herzlich willkommen zum Nice-to-meet-you-Podcast. Heute gibt's, ich kann schon sagen, eine Ausnahme. Wir haben keinen Gast da, beziehungsweise höchstens so einen halben Gast. Ich nehme heute mit Corby zusammen einen Podcast auf. Denn wir haben mal wieder so ein bisschen was erlebt und haben uns überlegt, wir machen mal einen kleinen Rückblick, was ist passiert. Aber gleichzeitig auch eine Vorschau, übrigens skurril, dass ich als Gast mittlerweile betitelt werde. Ich muss wieder häufiger dabei sein, deswegen umso schöner heute mal wieder mit Hannes gequatscht zu haben. Und nicht nur der Rückblick war heute Thema, sondern auch eine große Vorfreude auf anstehende Themen. Richtig, wir sind bald im Urlaub. Das haben wir ausgiebig auch thematisiert. Und nach dem Urlaub, Corby, wir machen uns jetzt schon ein Date aus, werden wir nochmal einen Podcast aufnehmen, wo wir über die hoffentlich sehr, sehr guten Fänge, wir gehen nämlich angeln, auch berichten können. So sieht's aus. So sieht's aus. Ansonsten, ihr erfahrt hier, erfahrt heute die heißesten News, wer hier demnächst alles zu Gast ist und mit uns livestreamen wird und so ungefähr wann es ist. Ihr solltet unbedingt dranbleiben. Viel Spaß beim Zuhören. Heute mal wieder ein Podcast ohne Gast. Das heißt, mal wieder... So ein halber Gast ist heute mit mir da. Stimmt, du bist... Ich bin ja immer für die Premium-Podcasts zuständig. Und deswegen, heute freue ich mich mal wieder mit dir hier was zu besprechen. Wir haben tatsächlich gar nicht so den Plan, was wir besprechen sollen. Das ergibt sich ja lustigerweise immer mal wieder in so einem Podcast. Und deswegen schauen wir mal, wo das hinführt. Ihr wisst es schon, weil wir das Intro schon aufgelöst hatten, beziehungsweise schon aufgesprochen haben. Dementsprechend sind wir mal gespannt, wo die Reise hingeht. Hannes, wie war deine Woche bisher? Ja, die Woche bisher war gut, weil heute ist Montag. Das ist ja klasse. Nein, vielleicht holen wir eine Woche vorher aus. Also für alle, die den Podcast hören. Die haben vielleicht schon einen Podcast von der Vakio-Zucht gehört, haben vielleicht auch schon ein Video gesehen. Aber wir sind jetzt gerade im Prinzip eine Woche danach. Also wir machen ja immer kleine Zeitsprünge. Und haben uns überlegt, um zwischendurch mal zwischen den ganzen Gästen auch mal wieder einen Podcast zu machen, um vielleicht darüber zu berichten, was es bei uns Neues gibt. Wir haben auch neue Produkte im Shop, da sprechen wir auch noch drüber. Fangen wir mal kurz an, was uns in der letzten Zeit bewegt hat. Und ein Thema, worüber wir noch mal kurz sprechen können, auch wenn wir das sicher im Podcast und auch in Videos schon ausführlich gemacht haben, das Thema Besuch der Vakio-Zucht Nordfriesland. Wir waren also in Nordfriesland Anfang September beziehungsweise Ende August, Anfang September und haben dort uns Rinde angeguckt. Mach mal bitte Flugmodus bei dir. Ich wollte gerade sagen, irgendwas ist hier doch sehr komisch. Ja, ja, das ist Handy. Musst du Flugmodus machen, dann läuft das wie Sau. Amateur. Also wir haben uns Rinde angeguckt. Du, Corby, du hast, kann man vielleicht auch sagen, du hast ja schon so einen Lieblingsrind, warst kurz davor, mich in den Stall zu setzen, dieses Rind einfach mitzunehmen, einfach heimlich zu tauschen. Ja, es wäre ja auch fast nicht aufgefallen, weil beide sind so niedlich, das wollte ich natürlich sagen. Ja, ja, danke. Nein, aber über die Vakio-Zucht oder allgemein über solche Projekte kann man ja, finde ich, gar nicht genug reden. Das war ein wirklich sehr, sehr beeindruckendes Erlebnis. War sehr, sehr schön, das zu sehen. Also du und Julian habt ja schon mit dem Steffen im Podcast gesprochen und der eine oder andere hat das sicherlich auch schon gehört und wird sicherlich die Begeisterung rausgehört haben, die Steffen für das ganze Projekt an den Start bringt. Und was ich ja immer noch super beeindruckend finde, dass der Bengel, ich sage mal ganz salopp, der Bengel 23 Jahre alt ist. Und was er da aufgebaut hat und vor allen Dingen, was er auch federführend aufgebaut hat, ist wirklich großartig. Klar ist, dass der Betrieb von seinem Großvater, ich weiß gar nicht, Urgroßvater auch schon gewesen ist. Ich glaube, in vierter Generation schon, kann das sein. Ja, irgendwie so. Und er hat natürlich auch die Unterstützung von seiner Family und allem, aber alles, was da so um diese Vacuum-Zucht entstanden ist, ist ja federführend durch ihn entstanden. Und das ist wirklich aller Ehren wert. Ja, das war so. Wirklich großartig. Und was ich am schönsten daran fand, endlich mal wieder rauszukommen, was anderes zu sehen als unsere vier Räume hier. Vier Wände. Vier Räume sind es ja noch nicht mal. Nochmal ein. Nee, stimmt. Zwei Räume sind es. Okay, wenn eine Badezimmer und Küche. Vier. Vier. Flur, fünf, bitte. Wir haben eine Fünfzimmerwohnung. Nee, aber es war immer schön, wieder rauszukommen. Und besonders schön ist es dann auch mal die Partner, mit denen man meistens dann ja gerade so in dieser Corona-Zeit immer nur telefonischen Kontakt hatte, auch mal persönlich kennenzulernen. Und vor allem sich dann gemeinsam auch so auf zukünftige Ideen und sowas auszutauschen. Und da war das natürlich ein wirklich großartiges Erlebnis. Ja, ich fand auch, also ich finde generell, ich sage das so salopp, Bauernhöfe zu sehen, dass es landwirtschaftliche Betriebe ist der korrekte, Wortlaut M, ist auch immer wieder Wahnsinn, weil ich kenne es aus meiner Jugend. Wir hatten gegenüber unseren Bauern, der ist da immer noch unseren Landwirt, der macht so Ackerbau, ganz viel, hat auch ein paar Schweine, aber in erster Linie Kartoffeln und so. Da habe ich auch als Kind, darf man gar nicht sagen, aber ich habe auch als Kind schon mitgeholfen beim Kartoffelroden. Ich hatte da Freude dran, muss ich sagen. Und das ist natürlich ein ganz, ganz anderer Betrieb. Dann da hast du, ich weiß nicht, so für mich der klassische Hof ist, im Prinzip hast du zwei Zugänge, meistens ein Vorder- und ein Hintereingang, schön breit die Eingänge, dass Trecker durchfahren können. Und dann ist der Hof so drumherum gebaut, dass in der Mitte ein riesengroßer Innenhof ist. So sieht für mich der, in Anführungsstrichen, Standard Bauernhof, schrägstrich landwirtschaftliche Betrieb aus. Und da war es ganz anders. Du hattest ein großes Gebäude und hattest dann hier mal eine Scheune, eine Reithalle, da eine Scheune und drumherum, aber direkt anschließend sozusagen schon die Felder, also der Hof war sozusagen in die Felder integriert und nicht andersrum. Ich kenne das bei uns, hier ist ja alles stark besiedelt, eher so, dass du einen Hof hast und außerhalb irgendwo die Felder. Und da war alles so direkt kompakt beieinander, das fand ich großartig. Und die Rinder waren, im Prinzip kannst du dir aus dem Küchenfenster kannst du den Rindern und Pferden zugucken. Das fand ich so geil. Ja, so ungefähr war das. Also ich finde immer, ich bin auch sehr, sehr gerne auf dem Bauernhof und war auch früher immer bei der Heuernte und sowas habe ich geholfen. In Folge, der Geruch allein, ne? Ja, ja, das ist großartig. Also ich bin ja auch im ländlichen Bereich groß geworden und da waren wir auch dann nach der Kartoffelernte immer Stoppeln, also sprich die übrig gebliebenen Kartoffeln konnte man sich dann vom Feld selber suchen. Und ich finde immer, dass so ein Bauernhof oder ein landwirtschaftlicher Betrieb sehr viel, ja, so heile Welt irgendwie repräsentiert. Also ich habe da immer ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ich fühle mich da wohl. Ich mag den Geruch, der dort ist. Ich mag die Idee dahinter. Und ich finde das auch immer so krass, wenn man dann selber auf so einem Bauernhof ist und das Gleiche dann mit dem Bild, was so in den Medien auch über Bauern und landwirtschaftliche Betriebe vertrieben wird, ist das ja ein himmelweiter Unterschied. Wenn ich überlege, zum Beispiel, bescheuertes Beispiel ist, Bauer sucht Frau. Das ist ja nur gecastet und nur in eine bestimmte Richtung. Dass man natürlich auch Bauern irgendwie gar nicht als das darstellt, was sie eigentlich sind, weil eigentlich sind es mittlerweile Unternehmer, die ihre Familie, die ihre Angestellten, ihre Tiere, ihren ganzen Betrieb managen müssen und von morgens bis abends hart arbeiten. Und das wird ja da in solchen Serien überhaupt nicht thematisiert, ganz im Gegenteil. Da wird ja der Bauer eher noch als dümmlich und ähnliches deklariert. Und das ist ja ein komplett falsches Bild, was ja leider dadurch auch viele Leute haben. Aber stimmt, dies dümmlich, ich weiß gar nicht, woher kommt das. Es gibt auch diesen Spruch, die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln oder so. Was soll das eigentlich? Also allein dieser Spruch ist ja schon bescheuert. Ja gut, das ist halt ein Sprichwort, wie so vieles. Ja. Kräte Hahn auf den Mist, ändert sich das Wetter, aber es bleibt, wie es ist. Ist auch so. Ja, wenn die Schwalben tief fliegen, dann wird Wetter schlechter und dann ist es cool. Ja genau, dann ändert sich das Wetter. Ja, ja. Irgendwie so. Nein, aber das war auf jeden Fall sehr, sehr cool, dort zu sehen und ja, sehr schön, sich auch mit dem Team dort auszutauschen. Und natürlich war es halt auch großartig, die Tiere da zu sehen. Und ich bin ja dann eh immer so sehr tierfreundlich und mag ja Tiere allgemein, was sehr paradox manchmal zu unserer alltäglichen Arbeit hier ist, aber ja auch in einem guten Einklang funktioniert. Ich wollte gerade sagen, ich finde es gar nicht paradox. Ja, man reflektiert sich danach wieder ein bisschen mehr. Und ich finde es umso schöner, also um das ganz kurz nur anzureißen, ich will da gar nicht einen riesen Fass draus machen, aber ich finde es dann immer schön, nach so einem Termin denke ich, das ist toll mit solchen Partnern zusammenzuarbeiten, wo das Tierwohl im Fokus steht und wo man dann auch mit ruhigem Gewissen sagen kann, okay, das Fleisch kann man gut essen, weil die Tiere einfach ein gutes Leben hatten. Und sowas dann auch bei uns in unseren alltäglichen Medien zu verbreiten, finde ich, ist einfach großartig, ist ein tolles Gefühl und ist ja auch einfach nur ein Weg dahin, um zu sagen, okay, esst lieber weniger Fleisch, aber dafür gutes Fleisch, wie zum Beispiel von der Wackiozucht, von Landluft Bio, vom Schwarzwälder. Und das ist, finde ich, immer wieder cool danach zu sehen und das Ganze dann auch noch mal selber für sich selber zu reflektieren. Ja, finde ich auch. Ich finde es, wie ich gerade sage, ich finde es nicht paradox, dass man tierlieb sein kann, trotzdem gerne Tiere isst. Was ich viel paradoxer finde, ist die Tatsache, dass wir ja eigentlich mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, versuchen, wieder dahin zu kommen, wo wir früher waren. Früher war es ganz normal, dass die Bauern ihre Tiere hatten oder die Landwirte hatten ihre Tiere, die haben da gelebt, die hatten ihren Zweck. Irgendwann wurden sie geschlachtet und dann wurde Fleisch verkauft. Das war Standard. Und durch die Industrialisierung sind wir überhaupt nur zur Massentierhaltung gekommen, um jetzt, viele Jahrzehnte später, festzustellen, dass das irgendwie ein bisschen doof ist, was wir gemacht haben. Ja, um eine Rückwärtsrolle jetzt wieder zu machen. Wir es ein bisschen übertrieben haben und wieder den Schritt zurückgehen sollten, was ja zum Glück schon lange stattgefunden hat. Auch das Thema Reifemethoden, Dry Aging, was vor, keine Ahnung, 30 Jahren ging es gar nicht anders. Da war das normal. Kam irgendwann aus der Mode, ist jetzt auch wieder voll da. Und so gibt es ja sicherlich auch Schallplatten. Das hat jetzt nichts mit Tieren zu tun. Aber es gibt einige Produkte, die einfach wiederkommen, weil man vielleicht gemerkt hat, hey, das hat schon was. Und nicht alles, was neu ist, ist besser. In vielen Bereichen ist das so, aber es gibt eben auch Bereiche, da hat man früher per se schon viel richtig gemacht. Auch, keine Ahnung, Obst und Gemüse. Es gibt ganz viele, die wieder Bock haben, Selbstversorger zu sein, zumindest ein Stück weit. Wo ja auch die Corona-Krise ein bisschen mit reingespielt hat. Also viele hatten Zeit, waren zu Hause, notgedrungen natürlich die meisten und haben sich damit aber, wenn sie die Möglichkeit hatten, durch einen eigenen Garten, wieder mehr mit dem Thema Landwirtschaft beziehungsweise Eigenversorgung auseinandergesetzt. Das war ja früher, so unsere Großeltern, war das ganz normal. Ich weiß, Hannes und ich unterhalten uns da gerne und schwärmen auch gerne von früher, dass zum Beispiel unsere Großeltern nahezu alles, bis auf irgendwie tierische Produkte wie Fleisch und Milch, zu Hause hatten. Also meine Oma, weiß ich immer noch, hatte wirklich von Kartoffeln über Erbsen, über Bohnen, Möhren, diverse Salate, also wirklich alles, was du für den täglichen Gebrauch brauchst, hatte sie im Garten. Auch Kirschbäume, Apfelbäume, Pflaumenbaum, Nussbaum. Also da gab es wirklich jeden Tag frisches Essen und das war einfach großartig. Überragend. Wir unterhalten uns ja ständig drüber. War bei meinen einen Großeltern mütterlicherseits das Gleiche. In der Rhön wohnten die. Das ist natürlich auch ein tolles Gebiet, um sowas zu machen. Die hatten übrigens auch Hühner, das habe ich, glaube ich, noch nicht erzählt. Die hatten auch Hühner und hatten immer frische Eier. Irgendwann später hatten sie keine mehr, als sie älter wurden. Das weiß ich. Aber früher waren immer Hühner da. Gab es immer frische Eier. Morgens wurd's vom Hagen weg. Kikiriki. Dann warst du auch wach. Und Herbstzeit, jetzt gerade die aktuelle Zeit, war immer die Pilzzeit. Und die hatten zufällig auch natürlich einen eigenen Wald. Da in diesen Gegenden ist das durchaus auch gängig irgendwie, wie wenn du auf dem Land so ein, weiß ich nicht, besitzt du immer ein bisschen Fläche auch. Und die hatten auch ihren eigenen Wald, ihren eigenen Waldstück, was natürlich auch bewirtschaftet werden muss. Mein Onkel bewirtschaftet das noch. Also Holzfällen und so weiter und so fort. Und da gab es Pfifferlinge ohne Ende. Also zur Pfifferlingzeit war, jeden Tag gab es frischen Pfifferlingen, selbst geerntet aus dem eigenen Wald. Fand ich auch immer großartig. Und was Besseres gibt es ja auch gar nicht. Also wenn du wirklich, aber das hängt auch wieder ein bisschen mit unserer gesellschaftlichen Veränderung zusammen durch diese Industrialisierung. Die Leute haben keine Zeit mehr. Die Leute wollen nicht mehr sich stundenlang in die Küche stellen, um was Gutes zu essen zu machen, sondern kommen nach Hause, weil du einen langen Tag hattest. Und dann hast du wahrscheinlich dann auch keine Lust mehr, irgendwie dich groß in die Küche zu stellen. und dann machst du halt irgendwas Schnelles. Gehst in den Supermarkt, nimmst hier so eine Fertigpfanne oder einfach nur mal schnell Nudeln mit irgendeiner Sahnesoße oder sowas. Aber ich glaube, dass der Trend, oder das beobachte ich zumindest auch so im Freundes- und Bekanntengeist oder auch bei uns in der Community, geht immer mehr wieder dahin, dass du sagst, okay, ich setze mich wieder mehr mit dem Essen auseinander. Ich nehme vielleicht mehr Produkte, die nicht irgendwie industriell gefertigt werden, sondern ich gucke, dass ich frische Kartoffeln kaufe, frisches Gemüse und dass ich mir da selber was draus mache. Und wenn es am Ende nur eine Gemüsebrühe selber ziehen ist oder sowas. Habe ich übrigens noch nie gemacht, aber eigentlich ist es total einfach. Ja, das ist bei so vielen Produkten. Ich fand das auch so beeindruckend, als der Johann Lafer hier war. Also das fand ich eh allgemein total beeindruckend, weil ich habe früher noch zu Schulzeiten und so Küchenschlacht, ne? Küchenschlacht immer geguckt. Mit Johann Lafer und ZDF 14 Uhr. Ja, genau. Logisch. Und deswegen ist das, das ist ja eh immer so paradox, wenn dann, nicht paradox, ich sage immer so paradox, aber das ist immer so schwer, ja, schwer zu realisieren, wenn dann auf einmal ein Johann Lafer hier ist. Mit dem unterhältst du dich wie mit einem ganz normalen Dude, als würde man sich schon Ewigkeiten kennen. Und ich fand seine Ansätze auch super spannend, zum Beispiel, als er von der Bolognese erzählt hat, dass er ja sagte, okay, bei der Bolognese nimm doch einfach nur statt 500 Gramm Fleisch, nimmst du 200 Gramm, hast du schon ein bisschen weniger Fleisch, weil wir brauchen nicht so viel Fleisch, haben wir ja auch mittlerweile festgestellt und dafür nimmst du rote Linsen und sonst machst du das alles so wie sonst auch immer. Sprich, du machst ein bisschen Gemüse klein, du brätst das alles an und du hast ein super einfaches, leckeres Gericht, aber mit guten Zutaten. Ja, rote Linsen im Übrigen auch total gesund. Ich esse mittlerweile sehr gerne Nudeln aus roten Linsen. Die haben halt kein Getreide, kein Gluten, ja, genau, das ist, also zu viel davon ist auch schwierig. Früher habe ich ja, hätte ich morgens mit das Abends Brötchen essen können. Mittlerweile habe ich das auch nach Drehtagen, wenn wir viel Fleisch hatten, dass ich abends merke, es war mir zu viel Fleisch. Ich esse dann auch bewusst natürlich schon weniger hier, aber also man merkt das schon, wir kommen halt auch in die Jahre. Wir sind zum Glück noch sehr jung, aber irgendwie merkt man schon so Veränderungen. Ich glaube, man fängt auch irgendwie mit der Zeit an, sich ein bisschen mehr Gedanken drum zu machen. Also die Deutschen allgemein, sagt man ja, setzen sich nicht so gerne mit ihrem Essen und ihren Lebensmitteln auseinander, was man ja teilweise auch in der Preispolitik sieht, dass sehr, sehr viel zu sehr günstigen Preisen gekauft wird, während zum Beispiel in Südeuropa Essen einen ganz anderen Stellenwert hat. Du isst deutlich länger, du zelebrierst es mit Freunden und der Familie und vor allen Dingen in Frankreich und Italien ist es glaube ich so, dass ein Drittel bis teilweise die Hälfte des Gehalts nur für Lebensmittel und Essen ausgegeben wird. Ich weiß nicht, ob das Gehalt so gering da ist. Oder die Lebensmittel so extrem teuer. Aber da hat das alles einen anderen Stellenwert und ich glaube, dass zumindest das Ganze bei uns auch wieder eine kleine Kehrtwendung hat und je älter man wird, man sich glaube ich auch mehr damit auseinandersetzt, was man sich zugute führt, weil am Ende alles, was du oben reinbringst in deinen Körper, wenn du scheiße reinbringst, wenn du oben irgendwie scheiße reinpackst, dann ist es natürlich logisch, dass du krank wirst, dass du gesundheitlich angeschlagen bist, dass du häufiger mal nicht so fit bist oder sowas. Also das ist ja ein Kreislauf. Das ist so, du bist, was du isst. Ja, das sagt man ja nicht ohne Grund. Ja, so ist es. Gut, man sagt auch, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit, wer hat das gesagt? Kellogg's, klasse. Darauf basiert das auch. Kellogg's hatte damals propagiert, dass Frühstück die wichtigste Mahlzeit ist und man deswegen doch morgens unbedingt Cornflakes und mit den ganzen Cerealien, ich habe übrigens gerade Anführungszeichen gemacht, zu sich nehmen soll. Cornflakes, ich habe die Tage im Radio was über Anglizismen gehört. Cornflakes ist eines der bekanntesten, einer der bekanntesten Anglizismen, die es gibt. Okay. Eigentlich heißt es Cornflakes in der Maisflocken. Ja. Also du isst ja Maisflocken, aber Maisflocken sagt halt keiner. Nee, stimmt, es ist dann einfach auf alles, was in diese Kategorie geht, heißt jetzt Cornflakes. Ist so. Gut, ich wollte einen kurzen Vorausblick, ich wollte es kurz nutzen. Genau, aber wir sind noch nicht darauf zu sprechen gekommen, wir sind irgendwie weggekommen, warum ich dich im Stall lassen wollte. Genau, das machen wir gleich. Ich will nur einmal kurz teasern, weil so Johann... Das ist sehr gut, weil so lassen wir die Leute länger dran. Richtig. Watch time. Du hast Johann gerade angesprochen, ich kann an der Stelle anteasern, ihr solltet unbedingt unseren Twitch-Kanal folgen, Follower werden, gerne auch abonnieren über Prime oder kostenpflichtig, wie ihr das wollt. Fakt ist, ihr könnt kostenlos folgen, denn Mitte Oktober, das genaue Datum werden wir noch bekannt geben, unter anderem in Streams, über Instagram, wahrscheinlich auch nochmal hier im Podcast, wird Johann Lafer da sein. Auf einem Samstag wird das stattfinden. Ich wollte gerade sagen, es wird aller Voraussicht nach einen Samstag sein, extra so gelegt, damit möglichst viele Leute dabei sein können. Und wir werden einige Stunden mit Johann live streamen, das heißt, er wird uns zeigen, wie das läuft. Ich bin sehr gespannt darauf, wir wissen, haben noch kein genaues Konzept, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir Johann viel Freiraum lassen, dass er selber sich entfalten kann, weil er hat natürlich Ideen wie Sau, als Koch so, und einfach mal ein bisschen kreativ werden kann. Und vorher schon, Ende September wahrscheinlich, auf dem Mittwoch, wird es auch nochmal einen Special Stream geben mit Axel Schulz. Ekaudi aus dem Maul, wa? Ekaudi aus dem Maul, war er letztes Jahr bei uns. Das war ein großer Typ gewesen. Ja, er fand es mega, wir fanden ihn mega und haben seitdem wirklich regelmäßig Kontakt mit ihm. Er meldet sich auch regelmäßig bei uns und hat die Tage angerufen, meinte, wie sieht es aus, Jungs? Genaues Datum werden wir euch auch nochmal nennen, Ende September, Axel Schulz am Start für einen Livestream. Also Twitch-Folgen lohnt sich, wir werden mit denen, wenn möglich, immer zusammen Livestream denn, das ist uns auch schon klar geworden. Beim Livestream lernst du Leute am besten kennen. Podcast aufnehmen ist cool, Livestream ist noch besser, weil da ist live. Ohne doppelten Boden. So ist es, da kann man nicht sich rausreden oder sagen, komm, nee, das schneiden wir nochmal, ich sag was anderes. Livestream ist das Beste und ihr als Zuschauer habt natürlich die Chance, in Chat Fragen zu stellen und ich versuche dann auch die Fragen vorzulesen, dass die, ja, Axel Schulz, Johann oder wer auch immer da ist oder wir sie auch entsprechend beantworten können. Ich glaube, das ist schon echt, also ich persönlich finde das voll geil, dass die Leute bei uns sind. Ich finde es aber auch cool, wenn die bei anderen sind und ich sozusagen Fragen stellen kann, dass mir die Leute dann einfach antworten. Das ist, glaube ich, echt cool. Ja, ja, definitiv, vor allem, das Schöne ist, dass wir ja nie ein Konzept haben. Also, ich sag mal, im Fernsehen unterstelle ich jetzt einfach mal, ohne dass ich es natürlich besser weiß, weil ich noch nie eine Live-Produktion irgendwie mitgemacht habe dort, aber dort ist ja immer irgendwie ein bisschen was vorgegeben und bei uns ist es halt auch so, dieses, das, was ja auch unsere Livestreams immer ausmacht, es kann immer alles passieren, ohne dass du da irgendwas voraussehen kannst und es gibt kein Konzept, es gibt vielleicht vorausgesagt, okay, das und das als Produkt gibt es, aber was da am Ende daraus passiert, das wissen wir nicht. Das ist übrigens das Geile an der Serie Jerks mit Christian Ull und Fahriadem. Es gibt nur ein grobes Drehbuch, das heißt, das Einzige, was besprochen wird, ist, während der Szene gehst du von diesem Punkt bis zu dem anderen Punkt. Alles, was dazwischen an Dialogen passiert, ist improvisiert und das macht die Serie aus und das ist auch das Geile am Livestream übrigens, ohne jetzt jemanden die Pfanne zu zollen, wir haben ja ZDR Fernsehgarten mal mitgemacht als Live-Produktion und selbstverständlich gibt es einen Tag vorher eine Generalprobe, da wird alles vorher geprobt, es wird genau dir gesagt, wann, wo, welche Kamera steht bei diesen Musikeinblendungen, wenn dann jemand da ein Lied trellert, dann ist genau vorher bestimmt, wo der Typ, der eine Kamera hält und drumherum rennt, wann er wo lang rennt und wie schnell er rennen muss und er muss diesen Ablauf auf fünf, sechs Mal üben, damit er dann aus dem Bild raus ist, wenn dann die Kamera 34 zugeschaltet wird, also ist natürlich alles komplett eingeprobt, die Dialoge stehen auf Kärtchen, Stichworten sind da natürlich auch improvisiert, nichtsdestotrotz, Livestream bei uns ist nochmal was anderes, weil wir einfach kein Fernsehen machen, wir wollen improvisiert sein, es soll auch mal was schief gehen, das gehört einfach dazu. Ja, beim Fernsehen ist es halt so, dass du natürlich auch eine Verantwortung, also als Produktionsteam, du hast eine Verantwortung dem Sender gegenüber, du hast eine Verantwortung Werbepartnern und ähnlichen gegenüber, was ja nochmal ein ganz, ganz anderes Ausmaß annimmt und dementsprechend muss da sicherlich auch ein bisschen mehr geplant werden, wobei ich auch das Gefühl habe, ohne dass ich jetzt wirklich, also ich bin ja wirklich vom normalen Fernsehen nahezu komplett weg. Das, was ich nochmal so gucke, ist ab und zu mal NDR, die Nordstory oder sowas. Großartig auch, ja. Ja, das ist immer dieses, auch wieder diese heile Welt, gucke ich mir gerne. Oder Tierdokus. Oder Tierdokus. Aber wenn dann doch mal so ein Live-Event oder sowas kommt, dann merkt man auch, dass das auch alles ein bisschen lockerer gefühlt wird. Selbst bei solchen großen Sendern wie ARD, ZDF und so. Aber dennoch ist es nicht vergleichbar mit einem normalen Twitch-Stream oder so und ich glaube, das ist auch der Grund, warum solche Streaming-Dienste oder allgemein solche Live-Shows auf Twitch, YouTube und Co. so einen Erfolg haben und gerade auch über die letzten Monate so, ja, so ansteigende Nutzerzahlen bekommen haben. Ich bin in jedem Fall sehr gespannt auf Johann. Ich auch. Der hat schon sehr, sehr viele Live-Sendungen, alles mitgemacht, aber der hat noch nie einen Twitch-Live-Stream gemacht. Für den ist das ja ganz anders. Der kommt ja aus Fernsehsicht in so einen Live-Stream rein. Übrigens neulich war ja Kai Ebel auch bei uns und bei dem war es genauso. Der hat viel Live-Serie, Fernsehen gemacht, nämlich diese Moderation bei der Formel 1. Teilweise sind die auch aufgezeichnet, aber viel auch live und war dann auch in so einem Stream und sagte auch, es war ganz, ganz anders. Ganz anderes Gefühl für ihn. Ja. Er war für mich meiner Meinung nach übrigens sehr unauffällig gekleidet. Das war ich so gar nicht gewohnt. Ich habe ja früher immer wirklich jedes Formel-1-Rennen gesehen. vor drei Wochen oder so. Spa hat gezeigt, warum man es heutzutage nicht mehr gucken sollte. Einfach nur eine Katastrophe. Aber früher habe ich das sehr super gerne geguckt und da natürlich auch immer Kai Ebel gesehen. Und er ist natürlich immer durch seine auffällige Kleidung aufgefallen. Und deswegen habe ich gedacht, der heute war aber sehr unauffällig hier bei uns. Ja, weiß-schwarz gekleidet. Ja. Nur die Schuhe waren sehr auffällig. Ja, gut. Aber die hat man im Stream nicht gesehen. Ich wollte gerade sagen, italienische Lederschuhe. Irgendwie sowas, ja. Aber auch er hat man sofort gemerkt, Profi vor der Kamera. Er hat definitiv 30 Jahre Erfahrung gehabt und war sehr witzig, das Ganze mal so mit ihm zu erleben. Und was ich sehr beeindruckend fand, ist wirklich auch, was er über die Jahre in den verschiedenen Ländern, die er ja durch die Formel-1 bereist hat, auch an Kulinarik kennengelernt hat und auch dadurch sehr, sehr viel wusste. Ohne dass er selber, wie er ja gesagt hat, der große Koch oder Griller ist. Ja. Aber aufgrund seiner ganzen kulinarischen Reise, die er halt machen musste oder durfte, aufgrund der ganzen Formel-1-Geschichte, hat er sehr, sehr viel kennengelernt und ein sehr gutes Fachwissen, meiner Meinung nach. Er kennt auch überall Restaurants. Aber hat er übrigens, im Podcast haben wir mit ihm auch aufgenommen, könnt ihr euch auch anhören, da haben Alex und ich zusammen mit ihm gesprochen. Da haben wir sehr ausführlich über das Thema gesprochen. Also wer ihn noch nicht gehört hat, die Folge ist schon online, könnt ihr euch auch noch mal reinziehen mit Kai zusammen. Wir sind doch nur zum Antisern hier. Ja. Gut, apropos Antisern, wir sind noch nicht fertig. Wir waren immer noch in Nordfriesland, haben jetzt bald ausgeholt. Akim. Ja, Akim. Jetzt, Corby, jetzt erzähl es. Akim war ungefähr, ich weiß gar nicht, wie alt er war. Ich glaube, zwei, drei Monate maximal. Warte mal, er hatte kein Milchding mehr da. Nee, genau. Dann war er schon mehr als vier Monate alt. Ah, okay, dann war er schon ein bisschen älter. Auf jeden Fall war Akim, also das fangen wir nochmal anders an. Wenn du auf den Hof gekommen bist, hattest du mehrere Bereiche. Du hattest einen Bereich, da standen die ganzen kleinen, frisch geborenen Kälbchen. Dann war da ein weiterer Bereich, wo die Teenager quasi waren. Dann hattest du verschiedene Weiden, wo die Rinder standen. Und dann hattest du zum Schluss noch einen großen Kuhstall, wo dann die Endmast stattgefunden hat. Alles Weitere, wenn ihr das ganz genau wissen wollt, müsst ihr dann nochmal den Podcast mit Steffen hören von der Vakio-Zucht. Aber auf jeden Fall bei diesem Kinder- und Teenager-Stall, sage ich jetzt mal, war unter anderem ein kleines Kalb, was alles andere war, als das, was ein Kalb oder eine Kuh normalerweise ist. Weil normalerweise sind die Tiere ja sehr scheu. Das hat Akim wohl nicht so ganz mitbekommen. Und der war einfach nur ultra neugierig. Und während alle anderen immer weggerannt sind, ist er immer wieder angekommen und wollte gestreichelt werden, hatte ich abgeleckt. Und das war sehr, sehr süß, sehr, sehr herzerwärmend. Und ich war halt kurz davor, weil ich mich mit Akim dann auch natürlich angefreundet habe. Es war ein sehr trauriger Abschied. Du warst sehr, sehr stark im Eintritt. Nein, das war natürlich nicht. Nee, war ich kurz davor, Hannes einfach da zu lassen, Akim mitzunehmen. Die Überlegungen waren da. Sie sind ausgereift gewesen. Hätten wir einen Pick-up gehabt oder einen Anhänger, dann wäre Akim mitgekommen. Und hätte jetzt wahrscheinlich neben uns hier gestanden und während wir den Podcast aufnehmen, hätte er wahrscheinlich Corby den Arm abgelenkt. Wahrscheinlich. Oder wir einfach ihn gekackt. Die Übergänge wären fließend gewesen. Aber wie haben wir auch festgestellt, in spätestens drei Jahren ist er wahrscheinlich hier. Ja, okay, das stimmt. Ja, muss man so sagen. Ja, aber damit muss man sich dann da auch auseinandersetzen. Also das ist schon, ja, das ist dann natürlich die Kehrseite. Aber wie ich ja eingangs auch schon gesagt habe, es gibt nichts Besseres als zu wissen, wo kommt das Tier her, wie hat es gelebt und vor allem, und das fand ich das Beeindruckendste und dann würde ich auch gar nicht weiter groß ausholen, weil ihr sollt euch unbedingt den Podcast mit Steffen anhören. Aber das Beeindruckendste an diesem ganzen Hof fand ich, du hast kein einziges Tier gesehen, was irgendwie gestresst, traurig oder sonst was wirkte. Stimmt. Die waren wirklich alle super entspannt. Vom Kleintier bis zum großen Bullen waren da alle entspannt und haben keinerlei Stress oder sonstiges gespürt. Sahen auch alle verdammt gut aus. Ich meine, wahrscheinlich, mittlerweile wird jeder schon mal irgendwo diese Greenpeace-Bilder gesehen haben, wo Tierschützer in irgendwelche Stallungen gehen und die Tiere alle gefühlt halbtot sind irgendwie. Das gab es da zum Glück gar nicht. Alle Tiere topfit wurde uns auch erzählt, wenn da mal ein Tier krank ist, dann geht es zum Tierarzt und die Kosten darüber hat Steffen auch aufgeklärt im Podcast. Ist auf jeden Fall beeindruckend gewesen. An der Stelle würde ich sagen, waggezucht Nordfriesland, gibt es einen eigenen Podcast, es gibt Filme zu, wer noch mehr wissen will, kann sich's gerne anhören. Wir bleiben aber noch ein bisschen Nordfriesland, denn wir sind am Abreisetag, haben wir es uns nicht nehmen lassen. Wir sind noch mal 20 Minuten, eine Viertelstunde gefahren, bis an den Fähranleger, wo die Fähren rüberfahren nach Föhr und nach Sylt. Genau. Und das alleine war für mich so ein genialer Moment. Ich liebe ja Wasser, ich liebe Meeresluft. Deswegen sind wir jetzt auch sehr zeitnah wieder in Norwegen. In den nächsten paar Tagen geht es los bei uns. Dann sind wir wieder in Norwegen zum Angeln. Und ich liebe das. Ich bin da am Fernleger aus dem Auto raus und hatte sofort diesen Geruch von verwesenden Fischen. Diesen Meeresgeruch, diese Meeresfriesen an der Nase. Ich habe gedacht, jawohl, hier fühle ich mich gut. Sofort. Ja, definitiv. Das ist eine andere Welt, ne? Also dazu muss man sagen, dass dieser Fähranleger per se jetzt erstmal nicht so schön ist. Nichts Schönes ist, nein. Ja, das ist halt so ein bisschen Beton und dann sind da ein paar Schiffe und Autos. Mehr ist da ja eigentlich nicht. Aber was, da kann ich Hannes nur zustimmen, das ist immer wieder schön, sobald du am Meer bist, diese frische Luft, den Geruch vom Meer, auch wenn dann eine steife Brise oder sowas ist, auch das ist scheißegal. Das gehört dazu. Das ist einfach nur, da geht einem quasi das Herz auf. Das ist wie mit den Bergen. Also Berge und Meer sind so gegensätzlich die beiden Sachen, sind, lösen sie trotzdem das gleiche Gefühl aus irgendwie. Das Erste, was ich zum Beispiel auch immer mache, wenn ich in Skiurlaub fahre, ich freue mich jedes Mal, ganz oben auf den Gipfel zu fahren und dann erstmal zehn Minuten einfach da nur zu stehen, links und rechts zu gucken und die Stille auch zu genießen. Und das finde ich ja teilweise beeindruckend. Ich weiß gar nicht, wo war das. Ich glaube, in Sölden war das mal. Da liegt der höchste Berg oder die höchste Abfahrt, beginnt glaube ich bei 3500 Metern oder sowas, also schon richtig hoch. Und da sind wir ganz früh morgens gewesen, so dass wirklich, da waren ganz, ganz wenig Leute. Ich glaube, bei uns in der Gondel war noch einer und sonst die nächsten drei, vier Gondeln war es schon leer. Und dann war ich oben mit meinem Kumpel und wir haben wirklich zehn Minuten da gestanden und du hast nichts gehört. Und also es hatte kein Lüftchen, gar nichts zu dem Zeitpunkt. Und das ist ein sehr, sehr skurrides Gefühl, wenn du gar nichts hörst, wenn du eine komplette Stille hast. Und das, also das war einfach nur großartig. Und ähnlich ist es am Meer. Stelle ich mir auch. Deswegen freue ich mich auch so tierisch auf Norwegen. Ich mich auch. Berge finde ich auch großartig. Norwegen kombiniert übrigens beides. Da hat man ja, das ist ja das Tolle an einer Fjordlandschaft. Ein Fjord ist ja auch nichts weiter als ein Berg, der im Prinzip ein Tal hat. Das Tal ist voller Wasser. Genau. Und die Bergspitze guckt oben raus. Es gibt auch Unterwasserberge. Das sind dann teilweise sogenannte Plateaus. Das heißt, man angelt ja auch prinzipiell immer an Unterwasserbergen, wo Futter, was mit Flut oder Ebbe rein oder raus gedrückt wird, gegen diesen Berg gedrückt wird. Da halten sich dann natürlich auch die Fische auf so. Das heißt, da kombinieren wir ja Berg und Wasser, die Gegensätze irgendwie miteinander. Und Scheißwetter. Und Scheißwetter. Nein, wobei, da oben geht es eigentlich. Mal gucken, wie es jetzt im September ist. Weißt du noch, als wir auf Senja waren? Ja. Senja ist ja 350, 400 Kilometer nördlich vom Polarkreis. Und als wir im Sommer da waren, hatten wir teilweise 28 Grad. T-Shirt-Wetter. War zum Angeln, muss man sagen, beschissen, denn die Fische sind, die Fische, die dort oben normalerweise leben, leben dort aus einem bestimmten Grund im Sommer, weil das Wasser kalt ist im Norden. Sollte man meinen. Wenn der Norden dann aber 30 Grad hat, wird es wasserwarm und die Fische schwimmen entweder noch weiter nördlich oder weiter raus ins Tiefe, ins kalte Wasser, sodass man dann dort, wo man normal angeln kann, auch bei Wind, keinen Fisch mehr hat oder keine großen. Das ist der Nachteil. Natürlich kombiniert man am liebsten schönes Wetter und viele Fische. Aber das, ja, man muss halt auch mal Kompromisse eingehen können. Eben. Wo ich aber keine Kompromisse eingehe, ist, dass wir jetzt immer noch warten müssen, bis wir endlich losfahren. Beziehungsweise losfliegen. Ja, das stimmt. Das ist mal wieder so ein Gefühl wie früher als Kind, wo man sich irgendwie auf Weihnachten und so gefreut hat. Stimmt, ja. So ist das aktuell, dass man auch ein bisschen unruhig ist, abends denkt, am liebsten soll jetzt schon der nächste Tag sein, das Schlafen quasi überspringen, man kann schlecht einschlafen. Ja, 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 ja. Ich habe das gleiche Problem, weil ich einfach nur noch, ich freue mich einfach nur, gute Reise. Ich habe sogar meine Sachen schon komplett gepackt. Ich auch. Ist alles fertig. Selbst die Sachen, die ich an dem Tag anziehe, sind schon zusammengelegt und liegen auf meinem Koffer. Wir müssen lediglich noch unser Essen, was Carsten uns vorbereitet hat, einfangen dann. Erzählen wir gleich nochmal, was du, ich will noch einmal kurz auch zu dem Fernleger kommen. Achso, ja, sorry. Wir kommen wieder von einer Sache zum anderen. Ja, am Fernleger, Corby, möchte ich kurz fragen und auch in die Runde mal fragen. Ihr könnt mal in euch gehen und so vielleicht euch überlegen, was ihr dann so denken würdet oder fühlt, wenn ihr auf so einem Fernleger steht. Weil ich hatte mehrere Dinge. Einmal natürlich durch diese Meeresbriesen dachte, geil, Meer und so. Wenn die Augen zumachst, so Hammer, hast du eine Möwe und so, der Wind ein bisschen pfeifen und alles. Dann kamen die Fähren an. Diese Fähren haben mich auch sofort daran erinnert, so irgendwie, ja, jetzt, die Fahrt in Urlaub geht los. Auf der Fähre rauf, auf der Insel, Urlaub. Und für mich als Angler, ganz klar, ich habe mich sofort gesehen, wie ich mit der Angel in der Hand da auf dem Fernleger sitze und die Schollen fange. Habe ich mich sofort gesehen, das Bild hatte ich vor Augen mit so einem Hut auf, perfekt. Ich habe mich so richtig klischeehaft, habe ich mich auf dem Fernleger gesehen. Wir haben auch dann ein Klischee noch gemacht und Fischbrötchen gegessen. Selbstverständlich, das durfte nicht fehlen. Ich glaube, ich habe auch noch nie so ein teures Fischbrötchen gegessen. 7,20 Euro Skravenbrötchen, ich erinnere mich. Aber es hat sich zumindest gelohnt, das kann man an der Stelle festhalten, es war sehr lecker. Ich hatte ein Backfischbrötchen, war auch sehr gut. Ja, ich finde, das gehört aber auch dazu. Außer man mag keinen Fisch, aber dann ist es schwierig. Aber wenn man schon mal darf, ganz ehrlich, dann muss das schon sein. Übrigens generell Nordfriesland, ich war noch nie in Nordfriesland. Ich auch nicht vorher. Du bist auch nur durchgefahren nach Dänemark. Wenn, dann bin ich immer nur durchgefahren nach Dänemark und das ist ja auch nur ein ganz kleines Stück, weil du ja eher nach über Flensburg dann fährst. Ja, genau. Und das ist ja, oh Gott, wir hatten das ja schon mal mit den Oberfranken, Unterfranken. Ich will ja jetzt nichts mit Nordfriesland, Westost, irgendwas durcheinander bringen. Aber es ist zumindest nicht das in Anführungsstrichen platte Land da rund um Flensburg, sondern das ist ja noch weiter nach Westen, Richtung Nordsee. Und das ist aber eine großartige Gegend da gewesen. Total schön. Und auch, was da ganz krass zu sehen war, neben der Werkgezucht gab es da ganz, ganz viele so Höfe und Betriebe. Das war früher hier bei uns auch viel, viel mehr, dass man die Kühe hat auf dem Feld gesehen. Mittlerweile muss ich ehrlich sagen, ich wüsste im Raum Hannover gar kein Feld mehr, wo Kühe draufstehen. Mir fällt spontan gar nichts mehr ein. Es sind ja auch immer weniger bäuerliche Betriebe hier. Richtig. Wie du ja schon gesagt hattest, bei, nee, war das bei den Großartigen, nee, wo du früher aufgewachsen bist. Da waren ja auch die Höfe, aber da waren keine Felder mehr dran. Richtig, ja. Sondern das war bei mir auch so, die Landwirte mussten von ihren Höfen zu ihren Feldern fahren, die teilweise dann ein paar Kilometer entfernt waren, weil sich das natürlich über die Jahre, wo das immer mehr besiedelt, besiedelt, besiedelt. Dementsprechend wurden dann auch natürlich bäuerliche Flächen, die vorher zum Anbau von Getreide oder auch zur Viehzucht genutzt wurden, wurden natürlich entsprechend an die Stadt verkauft oder halt an die, ja, an die Gemeinde, je nachdem, sodass dann da Häuser drauf gebaut wurden. Und das hast du da oben halt nicht. Oben hast du wirklich sehr, sehr viel Land, sehr viele große Höfe und dementsprechend siehst du da, glaube ich, auch, ja, tendenziell mehr Tiere draußen, als es natürlich in unseren Gefilden der Fall ist. Ja, stimmt. Also das muss ich echt sagen, man hat wirklich, da, wenn man dann mal richtig drin war, so auf den Dörfern, überall rannten Tiere rum. Ob es Kühe, Rinder, Pferde, Schweine, habe ich, glaube ich, auch mehr Schweine gesehen, weiß nicht, aber Hühner auf jeden Fall rannten da überall rum. Also ganz normal, so wie man das kennt. Und auch viele so Höfe eben, wo dann wirklich an der Hauptstraße einfach nur ein Hof kommt, mit den Feldern drumherum, nichts weiter. Links dann der nächste Hof, Felder drumherum, fertig. So und dann natürlich auch Dörfer. Also ich meine, für jemanden, der da oben wohnt, der würde jetzt sagen, was erzählen die da? Das ist doch normal. Für uns ist das leider nicht mehr normal. Für uns ist es einfach nicht mehr normal und ich glaube, für den Großstädter aus Berlin oder irgendwo Köln, Düsseldorf, die Ecke oder so, ist das auch nicht mehr normal. Das hat schon was, ne? Weißt du, was übrigens für mich auch nicht normal war? Als wir dort angekommen sind, kurz Hallo gesagt haben und kurz einen Kaffee getrunken haben und dann uns den Hof angucken wollten und genau in dem Moment ein Zuschauer von uns da war, auch rein zufällig aus Hannover. Schöne Grüße, falls du zuhören solltest. Ja. Ich weiß den Namen leider nicht. Ich glaube, zu dem Punkt kam es auch gar nicht, dass man sich namentlich vorgestellt hat. Auf jeden Fall, dass er gerade da war und sich Fleisch holen wollte mit der Aussage, ich kenne euch von denen. Ja, genau. Also bestes Marketing war das für uns. Herzlichen Dank nochmal, das Geld kriegst du dann später noch, ne? Selbstverständlich. Ne, wie war das? Er arbeitete auf Sylt oder so und hatte dann irgendwie so projektmäßig und ist jetzt nach Hause gefahren. Ja, genau. Und dann ist er noch da vorbeigefallen. Nämlich schon nochmal Fleisch. Ja, das sind manchmal Zufälle gibt's schon. Aber ist auch geil. Du kannst einfach auf den Hof fahren und einkaufen gehen, ne? Oder wie Julian den anderen, der einfach nur Fleisch kaufen wollte, begrüßt hat da. Stimmt. Das war eine sehr skurrile Situation. Er steht da und wartet, dass er bedient wird und Julian rennt wie selbstverständlich auf ihn zu. Hi, ich bin Julian. Weil er dachte, das ist ein Mitarbeiter. Muss man dabei gewesen sein. Wenn ich es erzähle, klingt es gar nicht so witzig. Also gut, ich war auch dabei, aber ich fand es schon witzig. Allein die Vorstellung, wie du zu einem Wildfremden einfach stell dir vor, du gehst immer in die Straße einfach zu irgendwem, der da lang geht und sagt, ha, ich bin übrigens Julian und gehst weiter. Genau. Ganz normal. Und er kam sich auch völlig überrumpelt vor. Alex hat ihm noch eine Kamera ins Gesicht gehalten. Stimmt, Alex hat ja gerade den Vlog gestartet. Ja. Ja, herrlich. Ja, herrlich. Gut, ja, Nordfriesland haken wir jetzt mal ab. War auf jeden Fall großartig. Wir wollten eine kleine Vorstellung Rausschau machen. Genau. Wir haben ja schon angefangen, ihr wisst es bereits. Ja, wir springen ja thematisch heute ein bisschen. Aber ist ja egal. Wir gehen bald wieder angeln. Ja, und dazu warten wir jetzt noch, eigentlich nicht mehr. Wir warten nur noch, dass die Zeit endlich vorbei ist und wir los können. Ja. Carsten hat uns ein bisschen oder macht uns ein paar Lebensmittel fertig, weil für diejenigen, die vielleicht auch mal nach Norwegen wollen, es macht Sinn, Lebensmittel mitzunehmen. Und wir fliegen dieses Jahr wieder. Also wir haben ja auch schon mal einen Roadtrip mit dem Auto gemacht. Aber dieses Jahr nehmen wir wieder die entspannte Variante des Fliegens, weil statt über 24 Stunden im Auto zu sitzen und über sehr langsame Landstraßen von Schweden und Norwegen zu fahren, ist auch schön. Sehr schön, definitiv. Ist auch schön, ja. Aber das Problem ist, du musst den ganzen Kram auch wieder zurückfahren. Eine Strecke, nur hinfahren, okay. Zurück wieder fahren, ist immer kacke. Wobei ich sagen muss, ich fliege jetzt zum zweiten Mal und ich bin jetzt das achte oder neunte Mal in Norwegen. Ja. Also wir sind immer gefahren bislang, bis auf zweimal dann. Und ich kann sagen, für mich klar, die Fahrt ist anstrengend, keine Frage. Du bist 20 Stunden dauerhaft unterwegs, so wenn du nicht die Fähre nimmst. Wenn du die Fähre nimmst, bist du 30 Stunden oder noch mehr unterwegs, weil allein diese olle Kiel-Oslo-Fähre fährt 20 Stunden. Aber dafür kannst du dich in der Zeit ein bisschen entspannen. Das stimmt. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Hat alles Vor- und Nachteile. Aber wenn du mit genug Leuten in einem großen Auto fährst, wo die hinten auch pennen können und Platz haben und sich so ein bisschen erholen können, muss ich sagen, ich finde den Landweg auch genial. Ich kenne ihn mittlerweile in den Auswendig. Ja. Habe alles schon gesehen. Aber wenn du das erste Mal über die Öresund-Brücke fährst, nach Malmö rüber von Dänemark, das ist absolut beeindruckend, wenn du... Oder am Geiganger. Heißt der Geiganger? Geiganger. Den großen Fluss entlang fährst. Ach so, du meinst den Fluss. Das ist der Glommer. Ach, der Glommer. Genau. In Norwegen. Ja, und wenn du daran vorbeifährst, das ist schon großartig. Ich will jetzt hier... Also ich würde auch jederzeit wieder gerne diesen Roadtrip machen. Allerdings in einem etwas bequemeren Auto, als es beim letzten Mal der Fall war. Ja, da sind wir halt mit unserem Bus gefahren. Und vorne kann man wunderbar sitzen in dem Bus. Also da hätte ich bis ans Nordkap da oben fahren können. Ja, ja. Aber hinten. Wir sind nicht mal aus Hannover raus gewesen und du hattest schon Rückenschmerzen. Also das war halt eine Katastrophe. Nee, aber dieses Jahr haben wir uns für den Flug entschieden. und dementsprechend müssen wir natürlich auch die ganze Lebensmittelplanung und sowas anders machen und haben so große Styroporboxen. Genau. Und dort werden wir dann vorgefertigtes Essen von Carsten mitnehmen, was dann vakuumiert ist und was wir nur noch warm machen müssen, fertig. Ja. Es ist alles optimiert dafür, dass wir 24-7 am besten angeln können und möglichst wenig Zeit mit der Lebensmittelproduktion verbringen müssen. Wobei wir zwei- oder dreimal noch offen haben für Fisch oder mal ein Brot abends oder was auch immer. Ja. Aber das für alle, die sich dafür interessieren, so kann ich nur empfehlen, dieses vorgekochte Essen und in dem Fall machen wir es auch so, dass nichts eingekocht wird in Gläsern, sondern wirklich nur gekocht, vakuumiert und dann tiefgefroren wird. und wir packen es uns praktisch am Tag der Abreise morgens in diese Box rein und wenn wir abends in Norwegen sind, ist es teilweise noch gefroren, teilweise aufgetaut, aber saukalt und dann hält sich das ohne Probleme die sieben oder zehn Tage vor Ort. Man kann es sich halt einfach aufwärmen, hat leckeres Essen schnell gemacht, Beilagen wie Reis und Nudeln und so haben wir eingekauft. Kartoffeln müssen wir vor Ort kaufen, die darf man nicht mit einführen nach Norwegen. Ich würde sagen, sonst wirst du direkt erschossen. Genau, sonst kriegst du ja... Okay, vielleicht kriegst du auch nur eine Strafe, aber ich meine, du wirst direkt erschossen. Ja, ja, irgendwie sowas. Du kriegst auf jeden Fall Ärger. Das mögen die Norweger nicht. Aber ansonsten muss ich auch sagen, so Fliegen mit Angelsachen ist per se erstmal anstrengender, weil du natürlich am liebsten auf keinen Köder verzichten willst, so viele Angelsachen wie möglich mitnehmen willst. Dann aber die Krugs kommt, du hast einen Koffer mit 23 Kilo oder 20 Kilo, buchst dann eh schon Zusatzgepäck noch dazu wegen der Angelrouten und so. Ich kann aber auch sagen, wir haben jetzt alles gepackt, es war am Ende easy going. Wir haben für zwei Personen einen Koffer gebraucht, für Klamotten, weil du trägst eh immer das Gleiche und haben den Rest dann mit Angelsachen voll und haben auch Styroporbox mit Essen, die für einen Rückflug für Fisch vorgesehen sind, den wir mitnehmen können. Und so ist es dann schon entspannter, weil du beim Autofahren neigst oder so einfach alles reinzuknallen. Ja, definitiv. Dann liegt das da alles irgendwo rum. Du nimmst immer viel mehr mit, als du eigentlich benötigst. Wenn ich da an unseren Trip mit Alex zurückdenke, wo wir auch auf Hydra zufällig waren, was wir da alles mit hatten. Wir hatten zwei Grillgeräte mit und wir hatten eine Playstation mit. Okay, die war sehr wichtig tatsächlich. FIFA haben wir das schon mal festgestellt. Aber wir hatten so viel Zeug mit und so viele Köder, weil am Ende, müssen wir uns auch nichts vormachen, wir haben jetzt auch wieder viel zu viele Köder mit, weil am Ende angeln wir mit drei Ködern. Ja, natürlich. Aber haben ist besser als brauchen. Das ist ganz wichtig. Aber wenn man mal angeln ausklammert, für alle Nicht-Angler, Norwegen ist auch so ein extrem schönes Land. Ich kann nur sagen, der Artenreichtum da oben an Tieren ist wahnsinnig. Die Landschaft, finde ich, ist in Europa eine der schönsten Landschaften, die ich kenne. Definitiv. Diese Fjordlandschaft, die Steine, aber auch der Bewuchs und dazu das Wetter. Und du hast da, je weiter du in den Norden kommst, desto unterschiedlicher Tiere hast du. Also ganz oben im Norden hatten wir Papageientaucher ohne Ende. Da auf Hidra hast du ganz, ganz viele Seeadler. Also wirklich sehr, sehr, sehr viele Seeadler. Du hast, wir haben vor Jahren mal einen Vielfraß gesehen oder zwei sogar. Habe ich seit langem auch nicht mehr gesehen. Werden auch immer weniger. Auch ein seltenes Tier. Elche, Robben siehst du immer. Wir sehen immer Robben, Schweinswale. Wale, ja. Orcas noch nie, habe ich noch nie gesehen. Würde ich mich tierisch freuen, mal einen zu sehen. Definitiv. Das ist schon, also das ist schon wirklich beeindruckend und von der Ruhe her ist das nochmal ein ganz anderes Level. Norwegen hat, glaube ich, sieben Millionen Einwohner ganz Norwegen. Berlin als Vergleich hat so knapp fünf Millionen. Ja, also für alle, die irgendwie auch mal diesen Alltag und dem, sicherlich auch der vollen Großstadt oder sowas mal entfliehen wollen und Natur mögen, die sind in Norwegen auf jeden Fall bestens aufgehoben. Das gilt aber für ganz Skandinavien. Das ist natürlich auch Schweden, Finnland. Und Finnland möchte ich übrigens unbedingt mal hin. Ich auch. gerne im Winter mal das Ganze da, ja auch mit Eis angeln und all so ein Pipapo hätte ich auch mal Bock drauf. Würdest du auch mal so eine Schlittenfahrt machen mit diesen Hunden, Schlittenhunden, also mit den Huskies, das werden da ja als Schlittenhunde geführt oder würdest du sagen, das mache ich nicht, ich finde das für die Hunde schade oder? Ach, keine Ahnung. Ich meine die, ich finde es immer schwierig, Tiere als Arbeitskraft einzusetzen. Andererseits sind natürlich auch Huskies, Pferde etc. sind ja über Generationen darauf hin gezogen beziehungsweise hin gezüchtet worden. Das Wort hatte ich gesucht. Also von daher, ich glaube, wenn diese Tiere da gut gehalten werden und sowas, dann ist das auch absolut nicht verwerflich. Und ich hatte neulich auch, um das Thema kurze Spanne zu schlagen oder einen kurzen Sprung zu machen, hatte ich das gesehen in diesen ganzen asiatischen Ländern wie Thailand und so ist ja dieses Elefantenreiten sehr populär. Was ich persönlich, weiß ich nicht, würde ich nicht machen, wenn ich da bin, finde ich einfach nicht cool. Aber da haben sie zum Beispiel gezeigt, dass die Elefanten jetzt über diese Corona-Phase, wo sie keine Touristen und sowas begleiten durften oder nicht von Touristen geritten wurden, dass die ganz andere Züge auf einmal angenommen, dass sie total, ja wie sagt man am besten, dass sie, ja auf einmal gar nicht mehr so richtig wussten, was sollen sie jetzt machen. Ja, denen fehlt was wahrscheinlich. Genau, der Alltag fehlte, der Kontakt zum Menschen fehlte, die standen nur in ihrem Paddock rum, haben sich wenig bewegt, weil natürlich auch die Arbeitskräfte mussten notgedrungen, weil sie keine Touristen mehr hatten, anderen Jobs nachgehen und dementsprechend hat denen sogar wieder was gefehlt. Also, ja, kann man wahrscheinlich auch Ewigkeiten drüber debattieren. Um deine Frage aber zu beantworten, ich glaube, ich würde das auf jeden Fall mal machen wollen, wenn das da alles cool ist, wenn es den Tieren da gut geht und sowas. Ich glaube, ich würde es auch machen. Ich glaube, es ist unheimlich beeindruckend, wenn du da ein Gespann aus acht oder zehn so Hunden hast und die im Prinzip eine Einheit bilden und alle eins die vor Augen haben und rennen, die werden ja auch nicht gepeitscht oder so. Nein, nein, nein. Die rennen einfach, also die wissen genau, was sie zu tun haben. Die wollen ja auch helfen. Genau, die wissen genau, was sie machen müssen. Ja. Ich glaube, das ist super beeindruckend. Das habe ich nämlich von unserem, ich nenne ihn mal Soßenvertreter gelernt. Die Hunde sollte man dort wohl nicht streicheln. Er wurde nämlich original in den Arsch gebissen und musste dann ins Krankenhaus, Tetanusimpfung und allem Pipa. Also das sollte man wohl vermeiden oder wenn dann vorher mit denen sprechen und nicht einfach so, wie er es getan hat, einfach auf die Hunde zustürmen und versuchen zu streicheln. Ja, ja. Ich glaube, die sind, wie soll ich sagen, ein bisschen wilder als hier. Ja, ja. Die leben ja auch die ganze Zeit draußen und die sind das ja so gar nicht gewohnt wie ein normaler hier erzogener Golden Retriever, der am liebsten die ganze Zeit irgendwie nur kuscheln möchte. Das ist da ja eher nicht der Fall. Ja. Ja, ich kenne mich leider mit Hunden auch fast gar nicht aus, aber ich weiß, dass Huskys sich da oben sehr wohl fühlen. Dafür finde ich es dann auch befremdlich, wenn einer bei 30 Grad durch die Stadt mit dem Husky-Gasse geht. Allgemein sich einen Husky in der Innenstadt zu holen ist schon ein bisschen schwierig. Ich kenne mich auch zu wenig mit aus. Ich könnte mir aber vorstellen, dass der sich hier nicht so wohl fühlt wie im hohen Norden in Finnland, sag ich mal. Ja. Das können wir festhalten. Ja. Gut, sei es drum. Wir sind also bald in Norwegen. Ich kann euch auch schon sagen, wenn ihr diesen Podcast hört, dann sind wir schon wieder zurück. Das ist also so eine Art Zeitsprung. Wer Instagram hat, hat wahrscheinlich das eine Vorausschau. Hat garantiert ziemlich viele coole Bilder gesehen von uns auf dem Wasser, von großen Fischen, Instastories, tolle Landschaft, einem Wal, einen Seeadler, all das gab es bei Instagram. Garantiert zu sehen, da bin ich mir sicher. Mit Sicherheit. Also ist es im Prinzip ausgeschlossen, dass es nicht so kommt. Also kann ich nur sagen, oh, folgendes Mikro geschlagen. Wer Instagram nicht nutzt, hat an der Stelle etwas verpasst. Das ist übrigens allgemein, auch das, was Hannes ja am Anfang schon sagte, mit Johann Lafer und unseren Livestreams. Es lohnt sich immer, also sowieso, lohnt es sich immer, unsere Kanäle zu abonnieren, ein Follow darzulassen und so weiter und so fort. Auch unser Newsletter, eins können wir versprechen, wir spammen euch nicht voll, sondern ihr erhaltet immer nur brandheiße News, Infos zu allen aktuellen Sachen. Produkt der Woche, immer montags. Und dann verpasst ihr nichts. Und apropos Produkt der Woche, ich weiß nicht, ob wir es schon thematisiert hatten, wir müssen natürlich auch ein bisschen hier die Werbetrommel rühren. Wir haben ganz zu Beginn, meine ich, angeteasert, dass es heute auch um neue Produkte gehen wird. Das ist jetzt sozusagen der Abschluss dieses Rück- und Vorschau-Podcasts ohne Gast. Ja. Geil. Das ist, das ist unglaublich, liebe Leute. Das ist brutal, oder? Ne, wir haben mal wieder neue Produkte auf den Markt gehauen und ihr habt sicherlich schon in dem einen oder anderen Video oder vielleicht sogar auf dem Podcast gehört. Wir haben zwei neue Grillsoßen auf den Markt gebracht und damit werden wir auch erst mal so das Thema Soßen ein bisschen auslaufen lassen, weil ich glaube, wir haben für wirklich jeden Bereich eine coole Soße jetzt gemacht. Und der Hintergrund unserer Soßen ist ja immer, wir wollen was auf den Markt bringen, wo wir selber sagen, das fehlt uns. Und in dem Fall war es eine geile Knoblauch- und eine geile Cocktailsoße, die wir in der Form bisher nicht gefunden hatten und die wir mit unserem Soßenpartner zusammen entwickelt haben und seit knapp einer Woche, anderthalb Wochen sind die auf dem Markt. So ist das. Gibt natürlich reichlich Cocktail- und Knoblauchsoßen zu kaufen, aber das ist wie bei unserer Honey-and-Mastard-Soße. Es gibt viele davon, aber so richtig zufrieden waren wir mit keiner und das war für uns Anlass genug zu sagen, wir machen das selber. Jeder kann sich davon selbst überzeugen, wer es mal probieren möchte, kann sie sich gerne bei uns im Shop bestellen. Gibt es auch bei dem einen oder anderen Händler von uns, also Supermarkt oder Fleischer oder Fachhandel? Gibt es auch in dem einen oder anderen Set gebündelt, also wenn er sagt, ich möchte allgemein Soßen bestellen, gibt es zum Beispiel unser Soßen-Set, da sind dann verschiedene Soßen frei wählbar, da könnt ihr aber auch sagen, okay, ich möchte dreimal die Chili-Cheese-Soße haben, dann kriegt er den Rabatt natürlich auch. Das könnt ihr alle so frei und entscheiden, wie ihr wollt. Und was das Schönste an der Sache ist, um nochmal auf diese, nur ganz kurz einzugehen, wir wollen jetzt hier gar keine Werbeshow machen, weil das Geile ist, ihr feiert die Soßen eh und das Schöne für uns ist immer wieder zu sehen, euer Feedback zu hören und festzustellen, dass ihr diese Soßen genauso mögt wie wir und damit wissen wir natürlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind und offensichtlich unsere Geschmacksnerven funktionieren. Das ist auch traurig für mich, wir scheinen Allerwelts Geschmack zu haben. In dem Fall ist das ganz gut. Ja, ist ganz gut, also scheinbar haben wir so einen Allerwelts Geschmack, wenn ich sage, es schmeckt mir, schmeckt es scheinbar sehr vielen anderen Leuten auch, ist ganz gut. Ja, das ist durchaus gut gelaufen. Ist auch eine gute Grundvoraussetzung für einen Kanal wie unseren, der sich mit dem Thema Essen auseinandersetzt, weil wäre ja doof, wenn wir Sachen machen, die nur uns schmecken und alle machen es nach und sagen, okay schon, ein bisschen ekelhaft. Ja, stell dir vor, Ankerkraut damals, Stefan hätte nicht so einen Geschmack gehabt, dass er sagt, das schmeckt vielen Leuten, sondern er hätte eine Gewürzmischung gemacht, sie schmeckt nur ihm und keinem anderen. Ich glaube, dann hätten die heute noch ... Ich glaube, der Erfolg wäre ausgeblieben. Ist aber nur eine Mutmaßung. Also ich will nicht rausnehmen. Was wolltest du gerade eigentlich sagen? Du wolltest sagen, wir machen hier keine Werbeshow, aber ich will noch mal was sagen. Achso, ich wollte nur sagen, dass es mich sehr freut, dass das Feedback immer so positiv ist. Gut, das negative Feedback löschen wir ja. Ja, ist ja allseits bekannt. Nein, aber das will ich auch noch mal vielleicht ganz klar betonen. Natürlich kann nicht jedes Produkt jedem schmecken und deswegen finden wir es auch gut, wenn jemand eine Soße probiert und uns ganz ehrlich sagt, oh, das ist nicht mein Fall, finde ich jetzt nicht so gut. Wir hatten neulich, wer war das? Kai Ebel. Kai Ebel, der fand, glaube ich, bei der Cocktailsoße, die fand da nicht so gut und sagt, oh, ist dieses so leichte Schärfe und raus, nun ist es nicht so meins. Finde ich alles in Ordnung, super. Das ist ja auch ganz normal. Man kann nicht jeden Geschmack treffen. Ich persönlich kann sagen, die Cocktailsoße ist einer meiner Lieblingssoßen aktuell, weil ich die rundum feiere. Sie ist süß, sie hat eine Säure, sie hat eine leichte Schärfe im Abgang. So stelle ich mir sie super fruchtig, so stelle ich mir eine Cocktailsoße vor. Aber natürlich, es kann nicht alles jedem schmecken. Wenn jedes Produkt immer jedem schmecken würde, dann wäre irgendwas komisch gelaufen. Dann wäre es ja auch langweilig. Ja, also von daher probiert euch durch und lasst ein Feedback da. Wir freuen uns über jedes Feedback am allerliebsten positiv. So sieht es aus. Übrigens allgemein auch, weil wir es in dieser Folge noch nicht betont hatten, aber in den meisten zu vorherigen. Wenn ihr irgendwie Fragen, Anregungen, Sonstiges habt, dann schreibt uns gerne immer mal eine Mail an mitmachen. Und nach Möglichkeit versuchen wir natürlich auch immer drauf zu antworten. Seid nicht böse, wenn das vielleicht mal untergeht oder etwas länger dauert. Aber offensichtlich sind unsere Mailadressen doch im Umlauf, sodass man hier tagtäglich erstmal ein paar Mails wegarbeiten muss. Und da kann immer mal was untergehen. Ja, gerade im Urlaub, ich sag's mal kurz, vom 9. bis 16. September war nur Alex hier, musste alles alleine managen. Es könnte sein, dass es in dieser Zeit doch etwas länger gedauert hat und auch danach sich noch um einige Tage verzögert, weil wir ein bisschen was nacharbeiten mussten. Solltet ihr aber in der Zeit eine Mail an den Shop geschrieben haben, dann wird die höchstwahrscheinlich von mir beantwortet worden sein. Ach stimmt, mit dem Laptop nimmst du ja mit, ne? Selbstverständlich, weil... Ja, das hilft ja nichts. Morgens und abends guck ich immer mal rein, selbst und... Ständig. Du weißt aber, dass wir morgens, jeden Morgen um 5, halb 6 aufstehen müssen, damit wir pünktlich um Viertel nach 6 auf dem Boot sind, wenn die Sonne aufgeht. Selbstverständlich, deswegen aufstehen, Laptop kurz, Kaffee, Zähneputzen, ab aufs Boot. Richtig, das zweite, klar hast du ausgelassen. Eventuell. Ja. Vielleicht mach ich auch zwei Sachen gleichzeitig. Welche, das überlasse ich euch. Ja. Ey, das wird... Ja, hab ich schon geprüft, übrigens. Na, Tide? Achso, ich hatte gerade Angst. Wir haben immer, ab 6, 7 Uhr rum haben wir nämlich immer Flut, sprich steigenden Wasserstanden, das ist die beste Zeit zum Angeln. Dann so bis zur Mittagszeit und dann kann man Mittagsschlaf machen. Denn wir sind nicht zum Schlafen da, wir sind zum Angeln da. So, damit möchte ich den Podcast an der Stelle beenden. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich mach noch eine Sache, die Julia normal macht. Wir haben fast 600 Bewertungen. Wir freuen uns über jede einzelne Bewertung. Wer es noch nicht gemacht hat, gerne eine Bewertung dalassen, 5 Sterne freuen wir uns am meisten drüber. Es ist nämlich nicht wie im Schulsystem, wo eine 5 schlecht ist und eine 1 gut. Hier ist es umgekehrt. Die 5 ist sehr gut, die 1 ist sehr schlecht. Wer den Podcast also sehr gut findet, bei iTunes gerne mal 5 Sterne Bewertung dalassen. Ja, da kann man relativ wenig noch zu sagen. Außer vielen Dank für die lieben, netten Bewertungen, die wir dort jederzeit erreichen. Und wir freuen uns, dass euch das so Spaß macht. Bleibt heiter und gesund. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören. Tschö.